Liebe Mutter Gottes, hilf mir, die Menschen zu bekehren. Die Mutter Gottes kommt zu Ihnen auf Besuch. Kennen Sie die Mutter Gottes? Für die Mutter Gottes muss man sich schon Zeit nehmen. Sie möchte, dass wir beten miteinander, ja? Sie leben in Sünde, begreifen Sie das nicht. Und was ist Sünde? Das ist eigentlich der schwierigste Satz am ganzen Vaterunser ist das. Wollen Sie nicht noch die Mutter Gottes ein bisschen segnen? Ja, die Mutter Gottes segnet einen. Ja, gut. Ich bin so glücklich, seit wir unsere Beziehung haben. Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das Leben ohne die war. Herr, ich bin dein Eigentum. Du bist meine Ehefrau. Ich kann bei dir schlafen. Du weißt, wie schwer es für mich ist, dass er wieder da ist. Aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Ich bin Gott dankbar, dass du den Unfall gehabt hast. Das ist ein Geschenk Gottes, weißt du? Jesus, dir lebt mich. Ich will, dass in diesem Haus nichts Sündhaftes passiert. Es ist so schön, wenn ich dir mal anschaue, dann. Du betrügst mich. Heilige Maria. Du drückest die Schlampe. Ich liebe dich, Jesus. Aaaaaah! Wir schwören dir, dass Österreich wieder katholisch wird. Amen. Amen. Vielen Dank.